Vor Jahrtausenden begab es sich, dass hier eine Gruppe junger Rehe zu einem der größten Rennen versammelte, den die Welt je gesehen hat, um herauszufinden, welches das Schnellste von ihnen sei. Exekution in 3, 2, 1, los! Mein Gott, das ist so spannend. Hört sie. Ich will auch nie sein. Weil ich hatte in den Momenten der Zähne voll unfair. Eins, was wolltest du lassen? Wir sind Konzestente, nur zu Blödsinn.